In GIMP ist es also das genau gleiche wie in anderen Bildbearbeitungsprogrammen. Ich brauche zuerst eine gute Auswahl. Wir haben hier das sogenannte Vordergrundauswahlwerkzeug. Ich werde nun das ganze Objekt mit, am besten hätte ich natürlich hier ein Vakuum-Tableau, einmal umfahren. Ganz zum Schluss muss ich hier mit dem gelben Punkt dieses Umfahren beenden. Ich werde jetzt in meinem Objekt, das ich freistellen möchte, einfach mit gedrückter Maus einmal grob in einer S-Kurve hier diese Statue mit dem schwarzen Strich ausmalen. Und fahre noch einmal hoch hier. So. Nun ist das Objekt schon relativ gut abmaskiert. Hier unten hat es noch einige Fehler. Da kann ich ganz grob nochmals schnell darüber fahren und nach unten. Und dann korrigiert es dies schon ein bisschen aus. Ich drücke nun die Zeilen-Schalt, also Return oder Enter-Taste und bereits habe ich eine Auswahl. Ich werde nun das Ganze auch, wie vorhin in Photoshop, etwas einzoomen, damit Sie erkennen, die Auswahl ist noch nicht perfekt. Ich werde die Auswahl jetzt um zwei Pixel verkleinern, damit ich etwas in das Objekt hinein gelange. Ich sage wieder Ganzseitenansicht und werde diese Auswahl in einem Kanal speichern. Ich bin nun im Kanalfenster, mache einen Doppelklick auf den Namen und sage dem Statue. So. Danach gehe ich in die Ebenen, werde die Ebene Hintergrund anwählen und sage Ebene, Maske, Ebenenmaske hinzufügen. Und wähle nun aus dem Kanal meine Statue und sage hinzufügen. Und somit wird die Ebenenmaske angewandt. Die Ebenenmaske ist noch nicht ganz perfekt. Ich werde nun also mal mit rechter Maustaste hier die Ebenenmaske anzeigen lassen und werde hier etwas einzoomen. Man sieht, wir haben eine harte Kante. Ich werde nun die Ebenenmaske etwas nachbearbeiten. Dazu gehe ich auf Weichzeichnen, Gauscher Weichzeichner. Leider erkennt man das in der Vorschau nicht so gut. Ich werde diese Werte in Gimp übernehmen, horizontal und vertikal 5 Pixel. Und bitte wählen Sie diese Weichzeichnungsmethode. Ich sage OK und Sie erkennen bereits wie in Photoshop haben wir hier nun einen weichen Verlauf, den wir noch nachbearbeiten können. Und das kann man dann unter Farben, Kurven und mit der Gradationskurve gleich wie in Photoshop nach oben oder nach unten, macht breit oder schmal kopieren. Ich sage hier mal abbrechen und gehe in die Ganzheitenansicht. Die Maske ist noch nicht ganz OK. Ich werde jetzt gleich mit dem Pinsel auf Weiss noch gewisse Stellen, die nicht so sauber sind, auskorrigieren. Dazu ist es wichtig, dass man natürlich die Weichheit dieses Pinsels auch so wählt, dass es mit der Auswahl, die man jetzt weich gestellt hat, korrespondiert. Wenn ich nun sage, Ebenenmaske wieder ausblenden lassen, dann habe ich das Bild soweit. OK. Damit ich die Ebenenmaske in meiner Bildkombination erhalten kann, muss ich in Gimp ein bisschen einen umständlicheren Weg gehen. Ich gehe unter Datei und sage als Ebene öffnen, um mein Dünenbild zu öffnen. Ich sage OK und Sie können erkennen, dass jetzt hier eigentlich mein Dünenbild quadratisch sein sollte. Ich gehe nun also hin unter Bild und sage Leinwand an Ebene anpassen und somit wird mein Bild in der gesamten Ansicht dargestellt. Ich kann nun die Ebene Düne nach hinten ziehen. Um die Statue noch verschieben zu können, kann man hier die Ebene von der Statue wieder anwählen und mit dem Verschiebewerkzeug diese dahin positionieren, wo man sie haben möchte. Wenn diese gestrichelten Linien jemanden stören, die kann man auch unter Ansicht, Auswahl Anzeigen deaktivieren und Ebenenrahmen Anzeigen deaktivieren ausblenden lassen. Zuletzt ist auch hier mit dem Pinsel jederzeit, wenn Sie die Ebenenmaske ausgewählt haben, eine Möglichkeit, das Bild noch im Detail nachzubearbeiten. Vordergrund, Hintergrundfarbe auf Weiss und ich kann wieder in der Ebenenmaske mein Bild hervormalen. Ganz ähnlich wie in Photoshop, ein bisschen umständlicher zugegeben, aber wer nicht oft solche Freisteller braucht und nicht oft viel Bearbeitungssoftware benötigt, ist Gimp als Open Source eine absolute starke Alternative. Bis zum nächsten Mal.